Ja liebe Ökofreunde! Hier kommt immer ein Schick. Ja liebe Ökofreunde, jetzt wird beim Bauerhaus noch der Hausplatz repariert. Ja und der Bauerhaus sieht da was beim Maschinenring läuft. Der Bauer Bernhard ist am Fahren mit unserem Maschinenring. Wir graben Sorge Charlotte hier in Ersingen. Ja für so trockene Verhältnisse geht es gar nicht so übel. Die Erde ist gut sichtbar. Das einzige Problem ist hier, die Charlotte sind bis zum Jahr halb kleiner wegen der Trockenheit und fallen mehr raus. Und es hat relativ viele Steine auf diesem Feld. Ja für so trockene Verhältnisse geht es gar nicht so übel. Die Erde ist gut sichtbar. Das einzige Problem ist hier, die Charlotte sind bis zum Jahr halb kleiner wegen der Trockenheit und die Erde fallen mehr raus. Und es hat relativ viele Steine auf diesem Feld. Ja und ich zeigte da mein Emd. Ich frage mich wie man das in Deutschland sagt. Nach dem Heu, der zweite Schnitt. Ich würde sagen da Emd. Es gibt auch einen Ausdruck in Deutschland für den zweiten Schnitt. Fangen Sie auf das? Ja, es gibt auch nicht so viel. Es war ja trocken. Und das sieht man jetzt bei diesem zweiten Schnitt. Und das ist der erste Schnitt. Und das ist der erste Schnitt. Die O-Kanzierung messen sich, das ist der erste Schnitt. Das heißt, wir haben hier auch eine Vorstellung. In der drei Schnitt sind die eine Vorstellung und das ist die Sonne. Und das ist der erste Schnitt. We can start Change the way we feel With just a glimpse Strong Ja, wir werden uns in den Bauernhaus in der Bühne leiten. So, wir sind bereit zu grillieren. Smoker ist ab, brennt. Temperatur. So, wir sind bereit zu grillieren. Smoker ist ab, brennt. Temperatur. So, die Gerste haben gespiesen. Jetzt gibt es noch eine Laindance Show. So, wir sind bereit zu grillieren. 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 So, wir sind bereit zu Museen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020